Ehrlich gesagt kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Das wird total verrückt sein und es ist halt eine super große Ehre, dass man mich dafür ausgewählt hat. Ja, das ist etwas super Besonderes, weil es zum einen eben hier ist, wo ich wohne, wo ich trainiere, in Düsseldorf. Und zum anderen ist das natürlich auch sportlich ein super großes Event, damit das eben das Finale der World Indoor Tour ist, das ist eigentlich mit das größte Event überhaupt in der Hallensaison. Wie gefällt dir das Motiv? Das gefällt mir total gut. Ich finde, das Foto ist gut ausgewählt. Ist super. Vielen Dank.